Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es bietet halt einfach für Familien nochmal eine Ausgleichsmöglichkeit als irgendwie Tiergarten oder wir waren halt häufig in den Wald und unsere Tochter hat sich total gefreut jetzt wieder zu und wir gucken einfach mal wie voll es auch hier wird, ob man wirklich diese Abstandsregeln alle einhalten kann. Wir haben ihn sehr vermisst und sind heute sehr glücklich wieder hier sein zu dürfen. Wir sind tatsächlich zwei-, dreimal die Woche im Zoo gewesen und finden es sehr super, dass das wieder auf ist und dass das für uns möglich ist. Ich glaube, es ist kein Problem hier den Abstand zu halten, weil es einfach wahnsinnig weitläufig ist. Also, wir sehen uns hier unten im hitting ou sometimes im Out ви sleeping Wir sehen uns ja wieder mal.